Will jemand aussteigen? Letzte Chance. Können wir dann anfangen? Wir müssen dafür sorgen, dass das Öl auf dem Markt unrentabel wird. Wie viel Zeit haben wir? Michael, wie groß ist die Chance, dass wir uns selber in die Luft jagen? Ist mir eigentlich egal. Wir könnten das Rohr auf der Bergkuppe sprengen und das Öl bleibt hier. Wir könnten jemanden umbringen oder ein ökologisches Desaster auslösen. Natürlich fühle ich mich wie ein verdammter Terrorist. Immerhin sprengen wir eine Pipeline. Wenn das amerikanische Imperium uns Terroristen nennt, dann machen wir etwas richtig. Diejenigen, die vom Massensterben profitieren, sollen wissen, dass ihr Eigentum vernichtet wird. Drei, zwei, eins. Es sollte funktionieren. Hast du Angst? Wir tun niemandem weh. Ist es soweit? Sabotage ist chaotisch. Hey! Ich bin jemandem weh. Ich bin jemandem weh. Ich bin jemandem weh.